Servus liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Runde TTT, heute mit dem Ray, dem Harding Gangster, dem Mushroom, dem Bunte und dem Payday. Hallo, alles klar, ich habe noch keine Digel gefunden hier auf der Map, das mache ich ein wenig straight. Machen wir wieder One-Clicks oder was? Ja, machen wir wieder One-Clicks, gut. Ich bin beim Pader, ich bin beim Pader. Geh weg, ich bin beim Pader, Pader, Pader. Der hat, der hat in die Decke geschossen, der ist nicht da bei mir. Wieso hat der nicht in die Decke geschossen? Der wollte auf mich schießen. Ja, mach Pader, dann wäre das kein Problem. Also ich werde dafür, wir führen ein, wenn man Gangster killt, ist das egal, das ist nicht vernächtigt. Okay, dann gibt es auch keinen Karmaabzug. Gebt bloß weg. Ne, es wird dann immer wieder hochgesetzt. Das wird runter gesetzt auf einen Karma. Da machst du 0,0 Damage. Ah, komm jetzt, spring. Oh, da wird geschossen. Hallo. Ich komme irgendwie immer zu dir. Geh weg. Das ist doch schon verdächtig, dass du mich verfolgst. Geh weg, wir sind schon wieder hier. Der Arnold ist auch da. Ich hau ab, Alter. Nein, jetzt rennt wir in die andere Richtung. Buchleim. Arnold. Leck mich am Arsch, Mann. Der Pader hat eine Tige. Der Pader hat eine Tige. Langsam gehst du mir, ich lasse den Sack. Hey, ho, hey, ho, ho. Der Pader hat eine Tige. Arnold? Simon? Arnold, war das ein Meldenlauncher? Lass mich nur vorbei. War das ein Meldenlauncher, Arnold? Arnold hat einen Meldenlauncher? Ja, ich bin ziemlich sicher. Der Mann ist weg. Nein. Arnold, das Code E, kann ich noch nicht. Wow. Was gehört? Wer ist das? Peter? Hallo, Pader. Peter und Bunte. Peter, hau ab. Wow, Ray, Alter. Wo kommst du denn her? Ja, hier, da ist einer übrigens tot, ne? Wo? Ach was. Peter, hau ab. Der Gangster macht. Gangster ist egal. Superab. Ja, ich hab auch, ich mein auch, ich hab irgendeine Silence-Waffe gehört, aber das war schon lange her, genau. Wow, Ray ist die da bei mir? Ah, ja, hier, nicht da. Mit was wurde er gekillt? Walter, ich gucke. Ah, no, 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 no. Ah, Silence-Avp. Ja gut, dann hab ich, dann hab ich richtig gehört. Peter ist es. Ja. Peter ist es. Ja, ja. Ja, hab ihn, hab ihn. Nice. Okay, Bundesproven. Und ich hab ne leere, leere AVP. Es muss Mushroom sein. Ray? Es muss Mushroom sein. Was? Ach, wieso? Weil du da bist, der es nur sein kann. Der hatte auch einen Menelon von dir. Nein! Lass mich da lang! Ja, diegelshot, Bitches! Mit der Diegel hab ich ihn gekillt. Du hast dich die ganze Zeit verfolgt, weißt du? Ich hab überlegt, machst du ihn weg, Mann. Das ist so verdächtig. Ich hab dich gar nicht verfolgt, noch nicht mal. Ich bin einfach weggelaufen und dann kamst du mir auf einmal wieder entgegen. Leise bei mir, ich erfasche gar nichts vom Spiel, ey. Dann mach's mal lauter. Echt? Irgendwie hört sich Ratchet wieder so an, als wenn er gekifft hat. Echt, Mann? Ja, es ist Donnerstag, hallo. Hallo, heute ist Weltkiffertag, du Vollschmacken. Ehrlich? Ehrlich jetzt? Ja, klar, nein. Keine Ahnung. Gangster, Gangster, Gangster! Das behaupte ich jetzt einfach mal. Gangster, willst du in den Trailerraum gehen, aber es geht nicht, oder was? Ich dachte, die Tür geht genauso auf wie dir. Ja, es ging nicht. Gangster, was geht da, oder was? Er wollte in den Trailerraum gehen, hat gemerkt, dass ich noch hinter ihm steht. Nee, nee, ich hab gemerkt, dass es nicht funktioniert. Als wäre ich hier reingegangen, du hättest nichts machen können. Pader hat ne Diegel, Pader hat ne Diegel. Wenn's ein bisschen arg verdächtig, dass das HD null bockt, dass ich ihm die ganze Zeit hinterherlaufe. Ja, dann mach ihn weg, das ist wirklich verdächtig. Gangster? Das ist wirklich verdächtig. Ey, ich stehe da gar nicht rum, ich bin am laufen. Wo seid ihr denn? Geh weg, Ray. Ja. Ich lauf von meinem Pader hinterher. Nein, ich lauf. Geh weg. Geh weg. Jetzt geht weg, Mann. Mannschuss. Ey, Gangster ist es, Gangster. Ich hab's gesehen, hat Ray weggemacht. Gangster. Vorsicht, Pader, Peter ist hinterher. Ja. Mann. Maschu wurde weggemacht von Peter. Fuck. Nice. Aber ihr mit eurem Silent Scheiß, ey. Das nächste Mal kill ich dich echt gleich, Mann. Ey, aber was? Ich hab gar nichts gerafft. Wo warst du? Was meinst du? Ich war die ganze Zeit hinter dir und mir war das scheißegal. Das hab ich echt nicht gesehen. Das hab ich echt nicht gesehen. Ja klar, ey, hast du's nicht gesehen, weil dich interessiert's ja nicht. Wenn du Trader bist, kann dich ja die ganze Welt sehr scheißegal. Ja, ich hab mich aber auch nicht einmal umgeguckt, weißt du? Ja, genau deswegen. Ja, deswegen. Das macht Arnold auch immer, wenn er Trader ist, dann ist es ihm immer egal, dass man hinter mir ist. Und ich kannste mal auch rumlaufen. Innocenthal Gangster. Ey. Nein. Jetzt geh weg. Hi Maschu. Feder? Feder. Feder ist es bestimmt. Oh ne. Ich bin es nicht. Paar, da hat noch keine Diegel. Bunt, da hat ne Diegel. Bunt, da hat ne Diegel. Boah, wo ist ne Diegel? Da ist von einer gestorben. Was? Ich weiß nicht. Wo? Ich hab's noch gehört. Ich hab noch schreien gehört. Aber ich war nicht in der Nähe. Wo denn? Hi Maschu. Weiß ich nicht. Irgendwo. Jetzt mal in so einem Raum oder so. Ja. Gangster. Moment. Gangster ist gut. Ich hab was gesehen. Ich hab ne Leiche gesehen. Hi Pada. Hi. Wo bist du? Wer ist da? Pada? Pada ist es. Wer war's jetzt? Habt ihr da gefunden? Ich denke Pada ist es. Ich glaub auch, dass Pada ist es. Ich denke Pada ist es. Was denn? Ich weiß nicht. Pada, da ist Pada. Pada geh weg. Pada, ich sagte. Hat jemand jetzt ne Leiche gefunden? Pada ist es. Pada ist es. Okay, nice. Ich vertrau mir schon. Das ist ja jetzt gelogen. Das stimmt ja jetzt überhaupt nicht. Das ist sex. Natürlich ist es Pada. Ja, natürlich. Dann sind es Pada und Ray. Dann sind es Pada und Ray. Was? Nein. Warum sollte ich sein? Der andere ist doch schon tot. Ich wollte nur mal sagen, dass mein Trader Kollege sich am Anfang selber kalt gemacht hat. Ach du Scheiße. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist wahrscheinlich die Leiche, die am Anfang gestorben ist, oder? Ja. Das kann ja nicht sein. Okay, tötet Pada, Mann. Ja, ich so rede. Keine Ahnung. Ich glaube, wir sollen eher zusammenbleiben, oder? Wer ist schlauer? Kann man hier runter? Auf jeden Fall cleverer, würde ich sagen. Ja, wir haben uns schon getrennt. Echt? Nein. Das ist natürlich nice für mich. Nein, ich bin bei Masha. Pass, 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 pass. Komm runter. Hier lang, hier lang, hier lang. Oh! Ach, da ist Ray. Jetzt auf einem Fleck ist auch nicht so schlau und vollam. Lasst mal hier zusammen inspektieren. Gibt es ein Friendship Beam noch? Ja. Da, Spada. Oh, Leute. Okay. Dann gibt es wohl doch nochmal einen Trader. Nein! Nein! Hast du ihn mit einem Shot weggehauen? Ja, kann sein, ja. Dann ist es wieder der Deadbringer. Ach, schon wieder? Warum denn so oft? Ja, er läuft wieder irgendwo rum. Da ist er irgendwo. Okay. Ich hab's gehört. Ja, ich hab's gehört. Da rechts drin wahrscheinlich. Ich guck den Gang hier ab. Leute? Jo. Ah. Die Zeit läuft gegen dich. Warte, du kleine Bitch. Auf das scheiß Ding zu benutzen, Mann. Was denn? Kann er das so oft benutzen, wie er will, oder was? Ja, das lädt sich halt immer mit der Zeit wieder auf. Da hat jemand durchs Fenster geschossen, Mann. Das stimmt doch jetzt überhaupt nicht. Ah, Halt's Maul! Ich glaub, der ist unter uns. Ich glaub, der ist unter uns. Ich glaub, der ist unter uns. War das Simon der andere, oder was? Ja, ich hab mal den Gangster gefunden, die Pfeifen. Oh Leute. Er hat Simon gemacht gehabt. Was? Wer hat Simon gemacht? Du hast Simon gemacht. Ach, jetzt laus aber nicht. Da steht was? Ja, er ist da drin. Oh. Oh. Piss dich, Alter. Ich hab's genau gesehen, wie du... Fuck! Nein. Oh Mann. Oh Mann. Ja, ich dachte mir, weißt du, ich geb mal neue Wege, da hat mich die Tür erschlagen. Mein Gott, ey. Der Tipp, also wenn ihr durch Türen geht, steht nicht direkt an der Tür. Ihr töttet euch instant. Ja, das ist ziemlich kritisch, ja. Lol. Äh. Ob schlimm, ich... Ja, ja, ich kann gar nix machen. Der hat mich nur angedippt, ich war tot. Ah, geil, Alter. Der Deathbringer ist übrigens ziemlich scheiße auf dem Boot, weil du halt kaum Fluchtmöglichkeiten hast, dann. Weil die Gänge alle so eng beieinander sind. Halbbundes. Und hört sowieso über die ganzen... Patter, pattern, pattern , pattern, pattern, pattern falsch plaирpa da. Würdest du nur sagen... Alter! Was ist guide! Ich lass dich doch in Ruhe, bunte! Ich hatte dich jetzt so weg machen können, weil du keine Waffe hattest! Ne, hat's so nicht, ich hab dich allen aufgerufen. Patter, pattern, 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 pattern. Out of way. Ist grad irgendjemand gestorben, explodiert oder sonst was, Gangster? Es hatt nur Schöße gehört, wenig. Ich bin doch da. Ne, es war an schützen, ey. Ne, es waren nie cabrieren. Ah Lacan? Ja, ja, ich bin doch da! Peter, Gangster, Peter, alle da? Nee, Peter, geh weg. Nein, ich geh dir auf den Sack. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Gangster, wir dich auch. Hast du Fokulade? Ja, hier. Ach du Fokulade! Wow, wow, wow! Plasma ab. Plasma ab. Die wollen die fressen. Ray, warum bist du verwundet? Das ist eh Gangster. Loll! Ja, Gangster hab ich ja weggemacht. Hier wurde gerade wer weggemacht. Der Ray hat Gangster weggemacht. Wer wurde weggemacht jetzt? Ich hab Gangster weggemacht. Ja, gut. Ich identifiziere. Das hab ich doch schon. Okay. Na, hast du nicht. Arnold? Ja, 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 ja. Ray ist es also. Ja, ja, ja. Nein, Ray muss es nicht unbedingt sein. Gangster hat jeder mit Kanater umgeschmacht. Der macht doch nicht einfach den Dings weg. Gangster macht immer so'n Scheiß. Ja, verharrt. Ja, ist er selber schuld an aber. Ich kill ihn jedes Mal, wenn er das jetzt macht. Dieser kleine Huren, Mann. Ich mach Ray trotzdem noch nicht. Er wurde geschossen. Da ist wieder wer gestorben. Oh Leute, macht nicht sowas. Ja, bitte. Pader? Ja, ich bin auch noch da. Jo. Ich lebe auch noch. Ich nehme mal ne andere Waffe. Das wird mir zu bunt hier. Zu bunt hier? Zu bunt hier? Zu bunt hier? Oh, ich wollte keine M16. Ja. Jetzt ist es der Gangster, der hier liegt. Ja, ja. Willst du gegen Meier tauschen, Pader? Nee, danke. Okay. Ich hab noch gar nicht den Deagle-Song gehört, Pader. Oh, Pader verpisst sich. Deagle? Das stimmt. Hast du vollkommen recht. Wow, Pader. Ich sag's dir ja. Ja, was denn? Hör auf. Geh weg. Ja, was? Ich trau dir nicht. Ray, bist du noch da? Hat jemand Ray gemacht? Ich weiß es nicht. Alter. Da schießt jemand, Pader? Ich hab mich geschossen. Ja, ich hab dir die Tür geballert. Was? Was? Ja, warum hast du nicht confirmed? Oh, wer ist da, Pader? Das geht. Ja, wo hast du denn gemacht? Dass wir mal konfirmen können. Peter, bist du noch da? Ja, ihr Penner. Könnte eventuell sein, dass Peter gerade ausgecheckt hat. Ja. Okay. Hat er wenigstens noch sein All-Inclusive-Bändchen da gelassen für mich? Das weiß ich nicht. Ich musste fragen. Da! Wo warst du denn jetzt? Ich war gerade in dem Zimmer. Geile Runde. Junge, Pader, schieb dir deine Sch... Schieb dir deine Sch... Nice, Pader. Nice round, ey. Habst du doch gleich gedacht, irgendwie musst du stehen, aber dann kommt immer das auf dich zu. Meine Fieken! Ohne, dass irgendjemand was sagt. Ey, was wirfst du die Kinder da rum, wenn du Imo bist? Das ist sowas von dumm. Für was sind die im Spiel? Das sind Granaten, die keinen Schaden machen. Ja, genau, deswegen haben wir noch 20 Hit-Points, du Vollidiot. Ja, die Plasma macht... Die Plasma macht One-Hit, wenn du nur triffst. Wenn du daneben bist, macht sie keinen Schaden. Doch! Ja, ich war daneben. Das ist nein. Eigentlich nicht. Echt? Ja, ja, ja. Vollidiot. Okay. Boah Gangster! Du bist echt so dumm. Du hast mich ja direkt weggemacht. Hast du dein Schaden quasi gespächt. Boah! 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 Peter! Was? Peter ist bei mir! Peter! Okay, alles klapp, Alter. Ja, was denn? Man kann doch mal ein bisschen spielen, Kameramai, oder? Man kann doch ja mal ein bisschen spielen. Wen haben wir denn da? Ray ist bei mir, Mushroom ist bei mir. Du kleine Bitch. Und ich wette, gleich krieg ich ne Dingsl in der Kette. Ich will bei Bunte und Peter. Ich bin schon die ganze Zeit hinter dir, du hast dich wieder nicht umgedreht. Dann bist du eigentlich wieder ziemlich gegründet, Alter. Ich hab mich ja auf Peter konzentriert. Ja, genau. Wolltest du ihn wegmachen? Du bist es 100 pro. Bunte. Bunte. Er ist es. Macht euch mal weg. Bunte ist es. Ich bin doch mein Pader. Hinter dir ist Bunte. Ich hab ihn. Er war Traitor. Ich hab Bunte weggemacht. Ich hab Dutch gemacht, er war Traitor. Ich wusste, dass Peters war. Und ich tue es nicht. Jungs, ich hab aber auch... Bunte hat einen Dead Ringer. Oder? Der hat ja so wenig Helm. Aber fuck, man. Ich hab einen Traitor gekillt, aber auch Bunte low geschossen. Ich dachte auch Bunte ist es. Ja, ich dachte auch Bunte ist es. Das heißt, es muss... Ich sag Ray oder Mushroom. Ich denk Pader. Pader oder HD? Ich hab einen Traitor gekillt, Ray. Achso, okay, dann bist du es ausnahmsweise nicht. Aber für mich bist du immer ein Traitor, Alter. Ray ist es. Ich bin es auf jeden Fall, ja. Ray oder Mushroom? Nee. Oder Pader. Oder Pader. Oder Pader. Aus Versehen. Tötet den Pader. Aus Versehen. Halt's, Maul. Ja, aus Versehen, wenn du ihm die Shotgun ins Gesicht haust, weißt du? Ja, genau. Ja, Mushroom redet sich grad schon wieder so raus, weißt du? Ja, glaub ich auch. Ich mach jetzt. Ah, du Hure, Alter. Nee, du warst das auch nicht. Ray, du kleine Bitch. Was? Ich mach doch gar nichts. Ich hasse dich. Was denn? Du bist so ein Spast. Ich hab meinen Sohn, Mann. Fick dich. Ey, versterben, Mann. Du warst der Letzte. Voll vorrangig gemacht. Pader. Super gemacht. Ja, leck mich. Ah, okay. Gewonnen hat Arnold mit 22. Yes. Dann kommt Dutchman mit 17. Dann kommt Gangster trotzdem mit 16. Hast du mal gesehen, wie viel du verloren hast in der letzten Runde. Dann Bunte mit 13. What the fuck. Ray und Pader mit 3. Wir sind ja auch nur random, genau. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.